Hallo! Gestern wir haben eine verrückte Gegengegen-Demonstration gemacht und es war sehr toll! Ich bin Bethany Janssen, komme aus den USA und das ist der Blog Nummer 11. Gestern in München haben wir eine Gegen-Demonstration gemacht. Wir haben gehört, dass Leute von Antifa, die Antifa-Organisation, das ist sehr verrückt, hat eine Gegen-Demonstration zu unserer Pro-Life-Tour in dem Merienplatz. Und so, wir haben gedacht, dass wir eine Gruppe kommen zu der Gegengegen-Demonstration mit unseren Packards. Und wir haben gerne und wir sehen, wir sind Pro-Love, wir sind Pro-Life und wir sind direkt auf alle Menschen. Und wir hatten ein paar sehr gute Konversations mit ein paar Leuten von Antifa und es war ein sehr gutes Ding. Und natürlich, die Antifa kamen zu unserer Demonstration in dem Merienplatz. Es war sehr gut, dass wir kamen zu denen und wir konnten mit ihnen, dass wir für Leben sind. Die wirklich, wirklich interessante Sache, das war sehr interessant, ist, dass wir sind sehr beschädigt von Antifa. Die sind sehr dunkel und sehr traurig und alle schwarz. Und wir sind die People of the brightness, of color. Wir haben, wir sind glücklich und wir für eine gut, eine sehr gute und sehr glücklich Dinge. Und das ist für Love und das ist für Peace und das ist für Life. So, danke und see you next time. hypercategorie Traurig Vielen Dank.